Seit Mitte März wurden die Grundrechte eines jeden Menschen erheblich eingeschränkt. Demonstrationen waren verboten. Seitdem Demonstrieren unter Auflagen wieder erlaubt ist, tanzt die Freedom Parade auf der Straße. Wir fordern einen Corona-Untersuchungsausschuss, die Öffnung aller Kultureinrichtungen, Transparenz und unabhängige Medien, mehr direkte Demokratie und Bürgerräte und eine wirksame, nachhaltige Klimaschutzpolitik. Wir sind gegen die Pflicht von Masken, Impfen, Impfpass oder der Corona-App. Masken ab! Masken ab! Wir sind gegen Gewalt, Rechts- und Linksextremismus. Freedom Parade. Schließt euch an! Schließt euch an! Wir bleiben untersuchungsrausschuss! Wir bleiben untersuchungsrausschuss!